Moin Leute, GenoGames am Start. Heute mit einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mal ein Real-Life-Video, weil ich werde euch kurz eine Information geben zu den anderen Videos. Und zwar werde ich alle Minecraft-Projekte, die ich je geöffnet habe, werde ich erstmal von YouTube runterlöschen und werde die Videos neu anfangen. Also mit Minecraft-Verrotter-Nachbar-Abenteuer, Minecraft-Tutorial und die anderen halt. Das wird super cool und ja, bis zum nächsten Video Leute. Heute kommt noch eins, so um 14 Uhr. Ciao Leute!